Leonardo da Vinci in modernem Gewand. Ein Graffito vom letzten Abendmahl prangt, pünktlich zum Gründonnerstag in der St. Pauluskirche in Tübingen. Stuttgarter Sprayer hatten das bekannte Motiv in die Gegenwart versetzt. Bei dem Werk handelt es sich um eine Kopie. Das Original befindet sich in Ludwigsburg an der Eingangswand zur St. Paulusgemeinde im dortigen Jugendzentrum. Das Graffito verortet das letzte Abendmahl in Stuttgart. Das Bild zeigt die Jünger Jesu in Aufruhr, weil Jesus gesagt hatte, einer von ihnen würde ihn verraten. Bis zum 1. Mai ist das Gemälde in der Tübinger St. Pauluskirche.